Komm, wie man so... Beef. Ich schreibe ihn. Ich geh zu. Ich schreibe ihn. Also mir, die gucken und das gerne. Das ist nicht gut. Mir, schlug dich nicht. Er ist die Pro Evolution Spieler. Du bist doch die Beef-Hin und ich fand da doch eins so nicht cool. Tschüss Rap-Boss. Und du hast gesehen die Jungen und sagst, oh, das ist Rap. Wir gehen auch, weil du ihn trinkst. Ja, ja. Und äh... Bleibt real. Schaibs in the morning. Guten Morgen. Let's see. Willkommen bei Schaibs in the morning. Wie gewinnt man Marli? Amann Pasco. Und haut da ausgast. Mit einem MC mit einem Fighting Spirit. Rocky Balboa. Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris. Mit CDS. Ich porte le Tresse. El Nino. Salut Claudio. Merci. Wie geht's? Ja, tippt-o. Aber bei dir? Moin. Moin. Vielen Dank, danke. So, Molz, wie du lernst du jetzt? So, was ist mir ruhig bei dir? Für was? Boah, ein bisschen leer, ja. Und die Musik, das ist ehrlich. Weil ich wollte mich besser fokussieren auf Feiten auch. Ja. Weil ich auch eine Lizenz wollte. Und du brauchst ja noch Zeit, gell. Okay. Also Repetition, Repetition, Repetition. Und das muss am Kopf bleiben. Hast du deine Lizenz? Ja, natürlich. Lauf hier die Leute, die nicht wissen, woran du willst. Wollst du deine Lizenz machen? Woran? Am Anfang an Momentum schmink ich eine Lizenz am Muay Thai. Okay. Mit der Woche, weil der Fight Club mal einen Muay Thai-Kampf gefunden hat. Und ja, mit normalerweise am MMA. Ja, mit Sportual Arts. Okay, das ist Lithuisch. Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Mit guter Feiten. Mit guter Feiten. Die am Ausland Feiten. Ja. Okay. Und der UFC, das heißt, so gucken, die da sind am Anfang für vielleicht. Mirob, ne? Das ist cool. Das ist, was jeder will, am Anfang an der Woche bei dem UFC passen. Ja, ja, ja. Wie warst du dann deine Lizenz schon hohes? Können wir in 2023 einen guten Comeback von dir erwarten am Rap? Natürlich. Ja, aber das ist ja sicher. Wie, das war das voll schön dumm, der Sohn am Anfang. Äh, ich habe schon viel Zeit gebracht, um ein bisschen an den Sportmodus heranzukommen und für meine Lizenz zu holen. Ja. Das ist schon der Yolo. Yolo. Yolo sind ich weiter. Yolo kann ich aber auch nie wieder bei, wenn ich mich an der Zeit und auch mit Sounds mache und an das Studio gehe und, äh, einzelne Leute doch nicht neben mir. Ja. Und du hast Leute zum Beispiel, die kriegen Zeit. Ja. Ey, Bruder, komm, zwei Wochen sind zu Wien. Äh, ja, okay, wir sind dann zwei Wochen nach Barsch. Ja. Ja. Da passt es schon der Sommer, der Zeit zum Sommer. Aber können wir es dann ein bisschen erwarten? Von dir pro Klippen, pro Freestyle? Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Klippen kriegt er, das ist ja 100 Prozent, Minimum drei. Minimum. Okay. Ja, so war es hilf auch. Cool. Kadeu. Peter, hast du schon alles, äh... Ja, ja, schon schon besser geplant. Weil eigentlich schon schon, schon kontinuierlich, kann ich weiß. Kontinuierlich, ja. Schon genug. Ja, ja. Wirst du so, willst du straight to rap weiter zu machen oder bist du so wie die Frap, bisschen an Melodien, an... Ja, auch Melodien, aber la Frap war ein bisschen apart. Ja. Das war ein bisschen apart, vielleicht zu weißen, wie gute Vibes ich hatte, Hanna Badalona und so. Und ja, das sind andere Vibes, wenn man wüsste. Und ich wollte auch weisen, dass ich Arna... Leute kann nur schwarzen, wüsste, sowieso. Ja. Und ja, tue die Klänge im Park, ma ja cool, aber ich will auch nicht, äh, als der Brokkoli-Rapper da gesehen. Ja, ich will schminken, ich lache. Ja, du musst nur sagen, geil. Ja, ich muss nur sagen, geil. Hey, frä, wüsste, es ist ein Rêve, rövei toi. Aber künstlermäßig ist ein guter Mauer. Ja, ja, ja. Ich weiß, was ich kann, da da war. Ja, alles, 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 was ich auch direktet, alles, äh, die Pläne so, ich will da da so, Kamera muss am Mund, und so, und da kann so, und dann weiß ich nicht, ob der Bank hat keinen, den Markt geklärt, und weil 70er Jahre war kein Markt geklärt, und da gehst du da hin, da sind die Palmen, die sieht ein bisschen heil aus, weißt du? Und da riefst du, egal, wie man den Mustang kennt, von 70er Jahre, den heil aus dem Dach, und dann, als mein Kollege kommt, macht der Mustang von dem Dach, boom, hat mich vorher gelöst, es ist alles cool gegangen. Bisschen, bisschen, muss Connection auch ein bisschen, du. Und da brauchst du ja auch. Es ist ja nur, Kast, alles, ich meinst, viele, ich kaufe mir keinen Mustang, du. Naja, das ist das. Für Eclipse, man. Ja, ne. Schaffst du mir deine ganze Equipe, oder? Ne, ich schaffe es nur lange, mit meinem Brain. Okay. Und schon eine Woche, Leute, die mir helfen, die mir gedacht haben, und zwar, weil ich die Idee rauskomme, die mir immer ein bisschen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und dann stimmst du, dann reinfüren die Map, dann, boom... Ich hab' nicht mehr Zeit für das. Ja, ich bin in der Studio, und schon dann auf und ich sekze, die Erinnerung und anstrebt habe ein Memphallo in Allstatt. Und dann habe ich das Zeit und habe ich aber gewidmet. Aber für Informatik, denke ich, bei uns, die Analyte, die sind noch betreffend, das sind noch very viele. Aber ich bin auch als Produkter, ich gehe bei wen ich will. Am Land oder als Ausland? Am Land? Producer, wie willst du das, wie willst du den Musik? Am Land und auch im Ausland, ja, ich will sie. Nicht, wow, ich mache cool Sachen, ich gehe bei ihr, nein. Ich kann sie. Ich kann sie schon, ich weiß sie als Produkter. Ich gehe bei ihr nicht und sage, Vibes geben mir dieselbe Vibes. Weißt du. Oder ich feiere, was ihr möchtet. Ihr könnt gute Zähne machen. Ihr könnt gute Moves machen, ihr schafft es gut. Wenn ihr fokussiert, was ihr möchtet, dann ist es richtig. Zum Beispiel beim Thun. Das ist nicht meine Vibes. Das weiß ich darin. Ich sehe ihn da doch. Aber wir verstehen es gut. Ja. Okay? Wir verstehen es gut. Wir sind also ein guter Producer. Alle Interviews, die wir ein bisschen hatten, sind ungesund. Ja, normal. Entweder am Schluss. Entweder am Schluss oder am guter. Er ist ja ein schlechter Sohn. Das ist aber, Werbung. Er hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ehrlich gesagt. Aber das ist ein guter Junge. Okay? Du kannst ihn nicht sagen. Er geht es nicht mehr. Er geht es nicht mehr. Er geht es nicht mehr. Das ist dein Punkt der Vue. Er geht es nicht mehr. 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 3 Monate. Ja. Der andere ist 30 Minuten. Ja. Verstehst du? Der Featuring war auch mit meinem Ton und meinem Big T an meinem R.O.D. Ich fand ihn einfach gut gekommen. Ja, ich merke. Auch den Mix. Ich fand den Mix riskant. Von den Rappern halt. Das war mega, mega gut gekommen. Ja. Man war so schwarz. Am Anfang so R.O.D. Big T. Ja. CDS. Ja. Und dann war man im Studio. Und den Ton hat er alles abgeholt. Und dann hat er auch so sein Park. Und dann ist schon so okay. Dann haben wir einfach gut zusammen. Dann gehen wir auf Borsa. Und wo alles möchten. Ja. Da bist du auch gut vernetzt, der Borsa? Ja, ja, ja. Ja. Was Produkern und Clipmakers so geht. Und ich bin wirklich top Clipmaker. Du hast einen Kontakt. Wirklich top, top, top. Ich fahre 33. Ich weiß nicht, ob das ich kann. Geht nicht mal mit dem Mikro. Ja, ja, ja. Ich müsste am Point man mit dem Mikro. So wie mein. Jourlotte, oder? Ja, komm so, komm so. C'est bon. Hallo, Ruf. Ruf. Ich fand den Borsa schon auf YouTube. Ich hab den Interview gesehen, auf den Spuren. Ah, ja, okay. Ich war froh. Wollst du, darfst du mal über die Sachen sagen? Ist du dran schwarz schratzen oder echt? Weil Leute sollen dann für den Interview gucken. Ja, sollen sie sagen, was ich tun? Ja, ja. Das ist mit Juanico Banana. Okay. Dann wirst du dann halt auf YouTube. Siehst du das Interview und dann wirst du beschenkt. Ich bin sehr gut in den Jungen. Ich bin sehr gut. Ja, du hast ganz am Anfang für deine Karriere, hast du ein Interview mit ihm. Ja, und dann noch ist sie gut. Und wie? Und dann noch ist sie gut. Ja, ja, ja. Und dann hast du noch mega durchsteck gegangen. Ja, und hier sind einfach durchsteck geflohen, weil ich einfach mit virale Leuten für immer so Interview. Auf der Strasse. Hier geht immer an die Quarts perdus, weißt du? Die Leute, die dann am Moment wirklich haupt sind. Und das ist wie noch immer in einem Salon, weißt du? Ja. Nimm nach Katalonien. Ich war alle Spönen. Ich war alle Spönen. Ich war alle Spönen. Ich war alle Spönen. Und das ist das, was krass ist. Die Klinge. Keine Angst. Du war richtig schon. Kuchen, Kuchen. Ja, ja. Ich war so jung. Loh wahrscheinlich schon die zwanzig. Okay. Wo er mit mir gemacht hat sieventig. Okay. Aber wir sind da Loh von, du wärst ja aus Spönen. Aber du bist ja auch im Zwickau. Also ist ein großer Unterschied im Lifestyle oder? Meteor. Ah, es ist Meteor. Ja. Ja, überall aus Hustle. Ja, überall aus Hustle. Egal was du hast, was wirst du wieder. Ja, Hustle überall. Hustle überall, das verstehe. Ich war in Hustle auch. Es sind reale Hustle, reale Motherfucker. Okay. Ah, Motherfucker auch. Okay. Voll nicht, wie du willst. Ich bin nicht so... Nee, ich... Ja. Okay. Hast du noch im Moment ein Asian Studio gehauen? Ja, doch, doch. Wolltest du ihn abbauen oder wie war? Nee, nicht Woll, das Hund. Okay. Es ist schon abgebaut. Schon mal in zwei Wochen. Du investierst und alles. Und hier noch hat so ein... Mein Producer, den ich kriege. Die war so schön, du... Wah, du... Bam, bam, boom. Konne schreie, konne schreie. Konne schreie. Konne schreie. Und das hat dann gelöst. Nur drei Monate. Und hier kamen Leute noch... Ein paar Monate, die mich ausgerieren. Wissen, so finanziell. Ja. 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 Und die kamen und dann... Die hatten im Studio. Da sagten wir... Ja, nee. Nix, wenn du so bist. Nur wenn... Es war einfach schon ein bisschen mies, ja. Ja. Aber im Studio, wir hatten den aber fünf Monate so. Oh. Du hast mich auch... Du hast Lafrappe. Okay. Mega so. Hattest du Lafrappe... Ja, ja. Du in dem Studio. Mega so. Wie lange hast du in Barcelona gelieft? Zwei Jahre und ein halb, ja. Und wo hast du die neue Lieder auf? Wahrscheinlich schon in deinem Studio mit... Ja. Am Unison. Okay. Zu Deferding. Und ähm... Und ähm... Auch äh... bei Cashboy-Poditions. Ja. Ja. Ich kann hier im Center... Klänge. Ja. Ja. Und ja. Und ja. Von dir kommen die gut gemastered zu uns, gib ich so. Und das hatte man schon. Ja, das war ja. Hat man schon beim Job, das in Triad. Ja, ja. Ja, ja. Ich hatte wirklich gute Masse. Ich hatte mal den ähm... LX-Party Nr. 1. Nr. Kennst du nicht? Ma ja. Kennst du nicht? Du warst du, he? Ma ja. Ich war du und äh... Ja, du warst du. Ja, aktiv. Ja. Die Frösch. Ne, das war ein guter Move, gib dich so. Ja, ja. Allein für Lützeburg und einfach das den... Ja, Lützeburg muss... Wir sind ja auch ein bisschen will. Wir müssen ja auch ein bisschen weißen, was man sieht. Das ist ja auch nicht, dass man... Wir haben aber auch... Jeder, der in der Nattelbrick geht, gefiltert. Ja. Es geht in der Nattelbrick und geht durch und dann siehst du... Ja. Oh. Wie ist es? Der Bock wird reinzuspringen. Das ist nicht so schlimm. Oh na. Nee, das ist nicht so schlimm. Tourismus. Das ist nicht so schlimm. 4 und 1 und 2 und Schau. Das ist nicht so schlimm. Nur 1 und 2 und Schau, garante ich, ich weiß nicht, dass es zu viel getrunken und noch nicht was er macht. Das für... Ach, in der Schule ist noch nicht so schön. Ja, aber das ist genau das. Britta schlugbritta. Ja. Das ist nicht mehr. Es gibt nichts mehr hier. Es sind die Yen. Du weißt, was ich will sagen? Es war immer... Ja, da war ich... Ich war da, ich kam ein und dann der andere. Ja. Sie kam so. Wie bist du von Etelbrick oder nicht? Entschuldigung. Du weißt nicht von... Was ist ein Jahr mit Etelbrick? Ich habe schon lange da gewohnt. Okay, ist richtig. Und ja. Okay. Ich habe schon lange da gewohnt zu Etelbrick. Und am Anfang von meiner Karriere, zum Beispiel, habe ich da gewohnt. Ja, okay. Und das schaue ich oft... Etelbrick oder nicht. Etelbrick oder nicht. Und die Sonne erwähnt. Ja. Ja. Wie ist ein... Erklammern? Wie ist Evo, wo das kommt? Etelbrick oder nicht? Ja. Soll ich das. Ich habe einen Mixtape, vom DJ Matty, vom Rapper, der Ricky. Ich meine, Etelbrick oder nicht. Etelbrick oder nicht. Jump that shit. Das ist nicht scheiße. Okay, das war sehr gut. Safe. Ja. Mal bei, mal bei. Ja. Ja. Etelbrick oder nicht. Etelbrick oder nicht. Im LX-Party Nr. 1 war der Senior auch dabei. Ja. Du hast auch schon mal im Senior auch ein Lied gepostet. Ja, das war so für ein bisschen... War fuhr. War voller Risiko. Ja, Risiko normal. Ich meine, du findest ein Lied auch Risiko. Wie hast du deine Erfahrung am Allgemeinen noch mit LX-Rappern? Was hast du meine Meinung? Wie von denen, mit denen in der Schweiz schauen oder wie viele Menschen? Ein Kleinglobal. Die viel Pisser. Ja. Richtig viel Pisser. Ja. Und ich habe nur Leute, die sind normal. So wie sie sagen, die sind normal. Und die waren am Schissen. Und ich habe nur... War das das Niveau für dich? Wie gesagt es zuerst? Die pure gute Rapper. Am Endeffekt wieder alles zusammen. Die pure gute Rapper mit dem Mann nicht tat, was sie sollen. Verstehst du? Ich habe nur... Zum Beispiel nicht vorne und ich kann viel mehr aus mir rausbringen. Verstehst du? Ich schlafen. Verstehst du, was es schmeckt? Ja. Ich habe nur... Keine Ahnung Rapper. Den R.O.D. Der gute Flow. Der von den besten Lützebäuer Flow. Wenn du so guckst. Bam, bam, bam. Und jetzt ist der... Peter, ich will gerade den Empfang. Das ist Senior. Ja, das ist Senior. War leid. Pardon, Senior. Jan. Anderguan, doch top. Ja. Verstehst du? Ivo. Ich mache meine Gute noch. Die Gute, die Couleur und die Skippe. Richtig. Ja, ja. Ich stelle mich auf Anderguan und dann so... Tag, Tag. Und pfff... Lille Star, auch super. Mega. Mega. Shoutout. Ich muss eine kleine Klammer aufmachen. Ich weiß nicht, ob der Atterbrookling-Jumpnet-Schillerbänger, DJ Mati mit TV oder beim Producer, beim Crews. Nee, beim Crews singen nicht den Zähnen. Müsst du das verbessern? Falls in dir dann... Ja. Ja. Das ist entweder oder. Ja. Ich muss CD daheim nur gucken. Wem drüber ist. Dafür, ich muss das richtig fleren. Und dann auch selber kommentieren. Nächste... Ich kommentiere. Dann hat ein Video. Wenn ihr online könnt, kommentieren. Ich fuhren wegen dem Mixtape den Sound zu können. Oder die, die wissen, kommentieren einfach. Ja. Oder kommentiert ihr. Ja. 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 Die waren noch nicht so viel am Radio wie Loas. Verstehst du? Ja. Sie singen Sound, sie singen harte Voice. Wir singen. Ich bin bien. Ja. Ich will pas vom Montieren. Ja. Ok. kann ich meine Sounds gesehen nicht oft. Kann ich probieren, dass das rauskommt. Illegal, verstehst du? Ja, was auch geil ist. Und wenn du Personagen siehst, okay, die haben alle gewisse Bilder als Rapper, ist das dein Echter, du, was du erlebst, oder ist das Echter so ein Personage? Weil wir hatten da auch schon die Kluge, ist das nicht so, das ist ein Personage. Ja, aber ja, du willst uns auch Personagen. Es sind viele Personagen. Und du bist echt... Ich bin ehrlich, das, was ich sage, meine ich auch. Und ich mache meistens. Weil ich hoffe, dass wir auch... Ja, das kannst du frei drüber schätzen. Bientôt ist es so fini. Aber ja, ich probiere noch nicht so viel an Fantasie zu gehen. Gut, gut, du stapeln bis auf den Dach. Scheine. Wo? Verstehst du? Aber du demandest das Geld an deine Mutter. Wie hast du mal Feedbacks, die Leute, die die Musik lauschen und so? Wißt du, ob es da so viele sind? Und wie hast du schon Feedbacks von Juncker oder mit allen Leuten? Natürlich. Ich kenne oft ein Versuch random geschrieben. Auch Läschke sind auf Gericht eingeschmissen. Das ist quasi sicher. Und versuchen ich kann in Somalia oder so. Es ist ein Rappeur. Es ist ein Rappeur. Vier hier. Du hast nichts zu fümer. Mein Freund. Tereotyp. Du hast auf Gericht quasi. Du hast gerade raus. gerade zu fümer. Ich bin in der Justice de Paar. Mit me. Ich bin mit Dettikas sogar. Das macht Spaß. Ich habe gesehen, dass er nicht was zu sagen. Er, es ist ein Rappeur. Er, 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 es ist Ja, natürlich. Das ist nicht nicht. Aber ich bin Delleis war zu Strasse. Ich bin sehr neu. Und in Delleis guck dich an mich, so komisch, am Gangrehe und so zu machen. Man hilft es, also ich fröhlich. Oh, brauchst du nicht den Rapper? So, und ich, ja, cool, gell. Seht ihr nicht her? Ich muss es erfreuen. Du musst doch schon erwarten, dass du fröhlich. What the fuck, ich schoue. Nee, nee, ich bleibe im Tausch. Ich sehe okay, ich bleibe im Tausch. Ich bin froh, dass ich froh bin, dass ich froh bin. Okay, am Rap gehört doch Beef, nur ein bisschen. Beef. Hast du schon gehört, wie Beef? Nee, ich wollte, dass du aber an Dingen wieder ein bisschen erzählst. Hast du schon Beef? Ich will auch kein Leben sagen. Nee, hast du schon Beef, so an wirklich Musik? Ja, natürlich. Ich schaue Beef mit dem Bazooka Bruce. Okay. Kannst du erst mehr sagen, oder? Boah, am Anfang, ja, ich kann erst mehr sagen. Ich schaue Beef mit ihm, weil ich nicht weiß, wie ich es sehe. Und er wollte einfach, so mal mal so. Ja, komm, ich. Ich schiepe noch mal. Komm, da. Nee, aber das ist ja, ich denke, ich werde auch nicht lo... Nee, nee, das ist das... Ach, ich schiebe einfach nicht. Das ist ganz am Anfang von meiner Karriere. Ich hatte immer ein Esau und Le Cainz. Okay. Ich habe nicht ein Clip, ich habe eine Foto, wo ich bin, wie ich bin in Basel. Okay, ich habe die gepostet. Ich konnte sehr viele Reviews. Ich dachte, wow, das kann ich in eine Karriere mal vielleicht. Und ich habe so geguckt, wenn es besser ist, wenn es ein Arme ist, wenn es ein Arme ist. Okay. Ich habe so, wie Bruce, gucken, so ist es sound. Du, an der Hut, da, 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 da. Das ist ja, aber es ist gut. Und jetzt haben wir uns behandelt. Ich habe gesagt, das ist gut. Nicht nur sagen, es gibt einen Arme. Das ist gut. Elen der Hut Milan. Um, wie nehme ich darin? Beef. Ich schreibe ihn. Wie se fere beef? Jetzt habe ich diese Rab know. Was sagt eine Fake? Ich weiß, wir sind schon alle Fake. Ich wieder fight mitкам dayen. Du weißt, was ich das сказал. Ja, du bist so. Ich will mit meinem Bruder, so. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich bin in der Mischkenn TV, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Du hast gehört, du bist. Du bist so. Ich werde mich mal an, ja. Aber wir... Wir müssen uns nicht mal an. Oh, Views. Du hast mir eine Vue. Nein, ich weiß nicht, wie sie mir eine Vue hat. Nein, aber ich habe mir eine Veranstaltung für fünf Monate. Ich habe noch 400 Jahre gemacht. Okay. Ich habe nichts geschrieben, normal. Ja, normal. Ich gehe in Barcelona, ich habe es vergessen. Okay, ich habe es vergessen. Ich gehe in Barcelona, ich mache meine Bicke. Boom, ich gebe es auf. Ja, wie ist das? Ich gehe das Ding. Ja, ich gehe das Ding. Ich gehe das Ding. Ich gehe das Ding. Ich gehe das Ding. Ich gehe das Ding da. Nein. Nein, nein. Bro, ich gehe das Ding da. Bro, mein Blut wird direkt. Ich spreche das Ding. Ich weiß, man ist alles. Ich bin impulsif. Es macht mich, ich fahre. Ich spüche alles. Ich mache das. Ich sage das, dass ich 2000 Kilometer bin, das ist ein Ort defect. Was ich weiß, das ist ein Ding. Ich habe keinen Absatz. Es ist keine Absatz. Ich mache mich das. Es ist ein Fake월�. Ein Tiktok-Tanzer. Das ist mein Schmeng. Das ist alles. Aber jetzt ist es der größte größte. Für mich ist das alles. Für mich ist das alles. Für mich ist das alles. Für mich ist das alles, okay? Aber die Leute, die haben dann noch insistiert. Okay? Also hat er nicht verlassen? Nein, ich habe das live gemacht. 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 Ich bin in diesem Spiel. Wie ein Buffon. Ja, aber das ist ein Buffon. Ja, aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Du sagst mir, ich weiß nicht, wie es sein Schwarz wird. Wie es sein wird, wie es sein wird, wie es sein wird, wie es sein wird. Du weißt, was ich sage? Ja, okay. Du weißt, was ich sage? Ja, ja. Du weißt, was ich sage? Du weißt, was ich sagen? Du weißt, was ich sage? Du weißt, was ich sage? Ich bin der beste. Ich bin der beste. Ich weiß nicht, er ist nie da, wo ich war. Ich weiß nicht, ich war auf dem Sternplatz. Ich war nicht da. Auf dem Parkplatz, du hast den Bril nicht. Egal. Ja, überall hat er Platz. Für die Jungen ist es egal. Es ist ein schönes Zeitgesicht. Es ist eine Zeit, die Flächen sind auf dem Dach. Und ich habe mich geholt. Ich bin eingestunden. Ich bin getröppelt. Ich bin echt gekommen. Ich war nicht mit Dijon. Ich hatte alle Projekte. Und ich habe Post gemacht. Ich soll nicht cool spielen. Ich komme raus. Keine Einfahrt. Ein Star ist manchmal so Post. Wie, ich komme zur Stadt. Ich verschenke einen kleinen Sticker. Gratis. Egal. Ich habe heute gesehen. Ich bin aus der Stadt vorgegangen. Heute. Ich habe eine Pick-Storie gemacht. Ich komme zur Stadt. Ich verkaufe einen Sticker. Es ist leer an der Stadt. Es ist so wie... Jeder hat seine Story gesehen. Es ist leer. Verstehst du? Es ist leer. Die Story steht drin. Ich fand es leer. Es ist leer, leer, leer. Ja. Es ist leer. 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 Das ist leer. Es 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 ist leer. Ich versche die Fahrer. Es ist leer. Es ist leer. Ich spreche mit dem anderen. Es geht nicht. Hallo? Kann ich dir vorstellen? Ich kann nicht schreiben. Ich brauche einen Buch. Ich finde es leer. Wir werden all die Energie, die zu dragen gestochen ist. Hast du nicht gemeint, dich auch an einer Musik zu machen? Und hier riechtest du diese? Nein, ich kann nicht sagen, dass du hast, dass ich ein bisschen witzig bin. Wir haben nur die Energie, an der Musik zu machen. Für jeden Püpp zu machen, an der Musik. Weil das Gehirn gehört aber dazu. Nein, wir biefen in dem Kontext von ... Ja, egal ob das Falsches gemacht, komm ich biefen hin und da dort hin. Hier kann ich mich zum Beispiel biefen, guck, du lafrabbelst. Verstehst du? Das ist ein Rêve. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber ich bin allein. Verstehst du, was ich meine? Hat dir nicht gefallen? Ihr nicht einfach von ... Ihr nicht von meiner Image profitiert. Ihr müsst nicht tun, für seine Image rauf zu machen. Bro, egal ob noch nie, ich habe das anständiges gemacht. Was ich meine? Ja, auch Lieder. Auch Lieder, genau. Moment, eine Droite und dann? Nein, ich habe das angeboten. Ich habe das angeboten. Sie sollten sich schmühen an Hanno geschlossen. Nein, ich habe das angeboten. Nein, ich habe das angeboten. Und ich habe mir gesagt, ich habe immer noch die Falschen weiter. Ich habe das angeboten, weil ich nicht mehr ... Ich muss nicht mehr so sein, wenn es so viel ist. Wenn es ... Es ist wie ein Saus, es hat zu viel Wasser. Du erlust ein wenig. Du hast das angeboten. Du hast das angeboten. Du weißt, was ich will sagen? Es ist nicht, dass ich das angeboten habe. ich habe nicht zu viel. Es ist einfach, ich habe es angeboten. Ja. Boom. Ich habe das angeboten. Boom. Ich habe schon immer noch einen Kopfnuss, dass ich meine Händen verleucht habe. Gerade in einem Mann. Ja, die Händen ... Ja, ich habe meine Händen verleucht. Früher wurde die Händen gepostet, so, 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 Weißt du, was ich meine? Und du schreibst nicht im Dicken, willst du weitermachen? Was läuft mit dir? Ja, ich merke, du warst die Lastin auf dem Platz. Normalerweise, dass du die Händen da hast. Also, ich verstehe, dass du Rosen sieht, anders da ich entknüpfen will, weil dann alles das geschieht. Wander ich, wenn man nicht die Händen oder Händen ins studiert, wenn man nicht die Händen und Dinge die Händen nicht verdreht hat, aber ich finde, als Rapper ... Das ist meine Meinung. Und das Wander hat einen anderen Gehntes. Nein, 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 das ist generell. Wander ich dich diesen, den mussten Tag, des Artists. Okay, wander ich nicht den Mann von Das ist alles, das wäre alles mehr personell. Aber er hat nicht insistiert, das ist das. Nein, nein, er hat nicht mehr personell als diese Fan der Merde. Entschuldigung, dass ich das sage. Er schreibt mir, dass er die kleine Komma kommt. Verstehst du? Und dann sagt er, ich gucke in die Halle von 24 Uhr. Ja, ja. So ist ein Amant, das soll ihm den Hand geben. Weißt du, was ich bringe? Ja, man. Da ist doch immer alles wie gut. Das ist los, aber. Weißt du? Du hast doch die Biffen und ich fand da doch eins so nicht cool von Tschüss Rap aus. Und da sind die Jungen so, und du sagst, oh, das ist Tschüss Rap. Wir gehen auch, weil du ihn trinkst. Ja, ja, das ist genau das. Weil das ist doch weit gut. Das ist genau das. Weil dann, wenn es dann zu weit geht, wenn es dann so ist, das ist ein Liga wie ein Restmusik. Ja, 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 ja. Und da, das ist dann gut. Nein, nein, nein. Also, ich weiß es nicht mehr. Entweder ist es schon aufgeschrieben. Ja, entweder die, die sind dann nicht. Ja, die sind... Weil sie alle Kollegen sind. Und das geht in den Reklame-Le-Tronen. Also, Luxembourg ist nicht so cool, wie in Amerika ist, du sagst, dass du 3000 km aufgerst. Ja, das ist genau das. Du hast einen Missiles. Ja, das ist genau. Hier in Luxembourg, du dich jeden Tag, du dich weißt, du dich weißt. Ja, das ist genau. Du gehst mir. Ich mache. Du gehst mir selbst aus. Das ist halt, auf. Du gehst mir. Du gehst mir nicht mehr für einen Zieg. Du gehst mir immer mehr. Du gehst mir in der Richtung, du dich weißt? Nein, wir filmen. Wir treten immer mehr. Wir haben wirklich selbst genug, weil man sich die Freunden zu hören. Ah, hat er da gesagt, dass du der Schattel schattest? Schatten Sie nach Mathieu an der Beef geschickt? Ja, nee, mein Bruder, ich will nur nicht so cool. Sie ist erst mit Beef gewonnen, sie ist erst mit einem Endeffekt Beef, und von der Energie für die Jungen. Ich wollte den Muffang von Beef für meine Karriere bis Europa machen. Ich habe nur gemerkt, dass ich das selber kann. Verstehst du? Aber ich habe nur gemerkt, dass ich ein Häuber auf mein Häuber komme. Verstehst du? Und dann kommt jemand zusammen mit mir und kommt immer so. Ich habe nur gemerkt, dass du ein leicht impulsiver bist. Verstehst du schon immer? Das sind jetzt 13 Jahre alt. Ich war schon die ganze Zeit so, du weißt es schon los, ich zittere, ich weiß es mal nicht für was. Das ist gut. Das ist gut, dass du einen geworfen hast. Du kannst andere Dinge an Musik machen, und dann sind verschiedene Leute, die kennen das nicht. Verstehst du? Und du kannst am Anfang, schau dafür, ich schieße es nicht. Die können ein Leben für die machen, weil die alle zwei eine Leidenschaft haben. Und am Endeffekt, okay, ich habe nur die Werte gewonnen. Du bist gesund, ich habe nur die Werte gewonnen. Aber ich bin, wie meine, auch eins, in Hanoi. Ja. Mein Hund ist auch zum Sommer mal nicht mehr geröselt. Ja. Das ist ja das, das ist ja nicht so, das ist einfach so. Verstehst du? Ja und die... Weil das ist Konflikt, ja, toujours so. Und die Leidenschaft. Ja, es ist ja nicht so, es ist einfach so, es ist nicht so, es ist auch so, es ist ja kein Badminton. Wenn an Badminton Leute zu schlur, verstehe ich das halt krass aus. Mein Rap, das gehört aber. Nee, das meint ihr. Was ist denn Rap? Das lässt du dann? Das lässt du von allem. Okay, das gehört dazu. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Du hast aber auch Leute gesehen, wie die Bandana. Okay, hinten ist auch, ich ging so, whatever. Mein Heinz muss aber auch keine Sohn. Okay, ich kann doch nicht wieder hin, ob ich nicht so gut bin. Nur weil ich nicht froh bin. Das ist doch wie klein kommt, wenn du nicht froh bist. Willst du das nicht so sagen? die Bandana hat auch keine Geschichte, wo in heute... Marli, Marli, wir können so, wenn Fans vom Beruf hier hinzuschreiben, also durch Social Mobbing. Ja. Und es ist so, ob die Social Mobbing reagiert. Ich glaube, das kallt mich auf Social Mobbing, weil die Brüse hängt mit mir, dann sind Fans halte ich schon zurück. Die Fans schreiben nicht mehr. Nein, nein. Die Fans schreiben nicht mehr, die Brüse schreiben nicht mehr. Voilà, was heißt das? Ich glaube, in Interview kann man rausgehen. Ja, man muss rausgehen. Du lässt die Sonne für meinen könnten. Ja. Voilà, genau. Sie gucken gerade das Interview aus der Basis. Ja. Okay. Peter, ich bin vor dem Verlömen. Wo waren wir? Ich würde dein Pointe wie verstehen. Nein. Du bist bei ihnen, du stehst zu den Dingen wieder, aber du stehst wirklich zu den Dingen wieder. Natürlich, wenn du nicht schaust von einem, dann kannst du bei mir nur bei mir stehen. Nein, du hast wirklich recht. Das war ein Interview. Das war eine Sache, die hast du schon gelassen. Ja. Hier drinnen. Okay. Ich habe schon eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, wo der Brief nämlich steht. Und dann habe ich schon mit ihm geschwattet. Die Jungen haben auch schon mehr verstanden. Okay. Ich habe ihm geschrieben. Ich habe ihm gesagt, es ist nicht gut, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Nein, aber ihr seid gut. Nein, ich war der erste Passt, weil sonst wird er wieder ein Passt, ich will an ihm ein Passt. Okay, du sagst mir, du sagst mir das zuerst. Du sagst mir das zuerst. Ich habe mir gedacht, ich rufe immer mit ihm, weil ich bin hier im Land, ich rufe immer mit ihm, und ich rufe immer wo ich will. Dust nicht, ich rufe immer für ihn, dust nicht, dust nicht, ich rufe immer für ihn. Dust nicht, ich rufe immer, du hast, du bist. Nein. Ich meine, Also ich kann ihn auch nicht. Aber da, wenn ich es so nehme, komm und reste tranquill, denn sonst gibt es immer einen Film. Weil ich immer einen Film fahre. Stehst du das Sinn? Tu mal so und fang den letzten Böscher Flair. Ich kann ihn nicht viel vom Flair, aber... Ach, der Flair lässt doch nicht, wenn man ihn in den Krieg gegangen hat, den hier genervt wird. Ja, 50 Cent. Was ist das falsch? 50 Cent, ja. Egal, wenn du das nicht umdreht, egal wenn du das. Ja, und du hast einen Dr. Dre. Oh! Das hört dann? Das hört dann auch so. Das hört dann auch so. Wenn du das nicht umdreht, Dr. Dre. Noch richtig 50 Cent, wie Flair. Ich kann ihn nicht mehr. Du das in den Kommentaren. Ich habe überhaupt nicht mehr gemacht. Komparier dich, sonst ist es auch unik. Ja, mach. Es ist schlussendlich, ob das... Ich nur... Ob das durchkommt, wenn es dem läuft. Ich schreifte den. Ich schreife, du, Tiki, Reiner. Ich meine nicht, dass ich rauf komme. Ich bin nicht mit mir. 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 Ja, aber... Wie hat er geantwortet? Ja, ich komme. Nein, nein. Ich habe nicht geantwortet. Ich muss es nicht mehr sagen. Wir haben ja nicht geantwortet. Ah, nein, Lieder waren noch 4. Okay, nein, wir können denken, wisst ihr? Du sollst dich schreifen, da bist du, äh... La fort, wie sie dämmen ist. Wannst du schon, wenn du sowieso einander nimmst. Und du kriegst dich zu Hause, einander nimmst. Verstehst du? Das ist so. Ich probiere auch das, was ich sage, noch zu halten. Hast du ein Kleid und Beef gerne? Ja. Also mir, die gucken und das gerne. Das ist nicht gut. Mir schlug dich nicht. Halt deine Musik. Weil, weil sie spicy. Da war es gut. Ja. Ich habe schon eine Lizenz. Pardon, dass ich dir nicht brauche. Nein, nein, nein. Ich war fertig. Ich habe schon eine Lizenz. Ich habe kaum gesprochen. Ich werde nicht mehr schlugen. Ich bin in der Stadt. Ich habe schon 30 Jahre gelehrt. Okay, das war. Ich habe schon nicht alles gerechnet. Das ist nicht alles, was ich mache. Ich habe schon eine Lizenz. Ich werde nicht mehr schlau gehen. Verstehst du? Das ist nicht so schnell wie früher. Ich habe schon gesehen. Du leierst den? Ja, ja, ja. Das ist eine Lizenz. Das ist eine Lizenz. Das ist sehr, sehr gut. Das ist gut. Und du leierst den Respekt? Ja, genau. Du leierst den Respekt. Du gehst nicht bei anderen. Nein, nein. Du fängst nicht zu tun. Du clinkst am Kopf. Das ist mir leid. Die Leute, die nicht kalten. Aber du sagst das nicht, weil du es in der Schrift gehst. Du musst nicht abhängen. Nein, das ist genau das. Du hast die Leute, die leid. Es gibt Leute, die Leute, die brennt du dich. Du hast die Faublesse. Du weißt, was ich veux? Ja. Das ist eine andere Woche. Du gibst mir immer noch ein Pause. Ja. Ja. Ich habe so viel schlau. Das ist doch klappen. Nee. Tipps. Ein Ammoni. Let's get it! Tipps. Ein Ammoni. Yo, Shapes Community. Wir sind hier im Zerreger. Wir haben eine kleine Werbung. Wir haben den Topik Street Credibility an Image Rapper. Ja, passt gut. Das Thema geht deep. Wir sind schon bei uns. Ich spreche nicht. Ich spreche nicht. Ich spreche nicht. Muss ein Rapper Gangster sein oder nicht? Nee. Ein Rapper muss kein Gangster sein. Ein Rapper muss nicht Gangster sein. Du sagst doch, nee. Und dann... Nee. Ferdrun war ein Gangster-Rapper gegangen. Er muss Gangster sein. Ja, ja. Ein Rapper, ein normaler Rapper... Ein normaler Rapper, er rappt. Ja. Ich spreche nicht. Ich mache Chansons. Er rappt. Er möchte Rapper machen. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich war gerade rappt. Ja. Okay, wir können ihn dann respektieren. Ja. 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 Normaler. Ich bin respektiert, wegen Point de vue. Ähm. Mehr. 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 Man muss den Rappern da tun. Nein, nein, nein. Ich meine, man kann auch viele Rappern gerade respektieren, weil sie konstant sind, sie selber sind und auch selber so. Im Französischen zum Beispiel, BigFlo und Ioli, sie sind ja gut kein Gangster. Nein, aber sie geben mir doch die Zauber, sie machen das. Aber sie haben gut Respekt für richtige Gangster, weil sie einfach sich selber sind, weil sie an ihrer Zehen stehen. Ja, sie machen ja auch so witzige Clip, so Gang, wie sie, ja, sie können... ...schüppbar sein Gangster... Cool, verstehst du? Muske Gangster, sie wirklich nicht. Sie verändern sich nicht für die drei Minuten da auf der Kamera. Wir haben nur zu machen als Fährstegangster und du brauchst keinen... Das ist mir schlimm. Das ist Image-Rapper. Das ist Image-Rapper. Wir haben nur versucht, Karimau mit etwas Schlechtes, um dein Image gut zu machen. Mit einem Rap, wie was er liebt, was du wirklich... Ich weiß nicht, Handball-Club oder so etwas. Wie es wird schmecken, Raps sind von so etwas. Das kann auch dem nur bei Antennen gehen, ne? Wenn es aber Führung dir in den Hohen sind, aber auch richtig Schlemserren alle aufzutut. Und du kannst auch sagen, Modesta Gage und dann du raps gerade über die Schlemserren, die sie nicht alle schmecken. Ich verstehe. Und ich kann immer mehr vor, ich kann immer mehr... Ich verstehe, dass sie ein Artist inspiriert von deinem Leben sind, das sind auch nicht reale Fakten. Aber ich habe gesehen, dass du eine sehr krasse Erlöfte hast und du hast die Gangstung und ich rappe darüber. Und ich mache mich als Personage, weißt du? Ja, das ist ein... Das ist ja auch okay. Ja, ja. Das nennt man nicht Fensterrapper. Ja. Verstehst du? Okay. Weil sie sind auf dem Balkon und sie sehen, was der Quartier macht. Und daran lässt sie nicht raus, diese Show dort. Ja. Ja. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Du weißt, was ich will sagen? Ja. Du weißt, was ich will sagen? Aber ich spreche in der 3. Person. Du weißt, das ist gut. Du weißt? Du weißt? Ja. Du weißt, wo ist der Vorfeld? Auch Römer im Französischen. Du hörst, L'Enfoiré. Hier rappt. Leg auf die Geschichte von anderen Leuten. Ja. Aber wenn du das richtig durchspielst. Ja. Ja. Zum Beispiel L'Ancien. L'Ancien, L'Enfoiré. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Weil du hast auch viele Rappern. Sie denken nun, sie sind in der Galerie. Sie rappen über die Galerie. Ja. Und dann kommen sie aus der Galerie raus. Und dann rappen sie auch nicht das. Oder über andere sind Galerie. Weißt du? Für... Ja, geschieht. Ich verstehe. Aber das ist ja auch normal. Andere Rappern haben sich immer wieder entwickelt. Ja. Ja. Du kannst es immer auf die Flucht. Alkaas wird dein Leben die ganze Zeit. Das geht. Ja. Du kannst Alkaas wird deinen Leben rappen. Aber... Bei einem Moment ist es so埋. Du wißt. Ich sage etwas, ich sage, ich gebe auf einen Sonnlaafrapp. Das ist okay. Ein Rapper, der in einem Ghetto ist, rappt auch. Weil du das gerne hört, ähm, wenn du rauskommst. Voilà, merci. Und ich denke, die, die dann den Gag machen mit denen, die das nicht erlebt haben, das sind gerade die, die mich sehr erlebt haben, und dann sehen sie einen, die Kultur heulen, und dann jemand Blumen rappen, weißt du? Und dann sehen sie, wei, mein Kultur ist nicht das. Das ist nicht von du, von der Kerl vom Hip-Hop ist. Ich denke, du sagst das. Weil heute so nicht mehr, heute zu kriegen, so Leute wie dich, zu viel aufmerksam, okay? Das ist das. Verstehst du? Ja. Und die anderen Leute, ich soll ja nicht das schlafen. Du kannst das nicht machen. Nee, nee, nee. Das ist gut. Aber sie machen wie die Fäße. Ja, ja, ja. Und die Rest ist plus facile. Ja. Aber das sind die Leute. Ja. 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 Bei mir sehe ich so ein Schutzschild, weißt du? Ja. 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 Das ist auch ein bisschen der letzte war ja ein Problem. Ich kann mir auch ein bisschen viel... Ja. Ja, aber hier geht es natürlich auch noch nicht richtig... In Holland ist es richtig gang. Ja. Ja. Richtig Strasse Scheiß. Aber das meine ich auch. Ja, hier können... Hier ist auch... Hier ist auch... Hier ist auch schlimm Sachen. Hier ist auch Armut. Ja. Ja. Hier ist auch Armut. Ja. Das ist auch so. Ja. Ja. Das Gott sei Dank ist mir gut. Aber ich weiß noch nicht, die Leute, die Leute, die waren gut. Vorher waren sie, aber ich sehe sie, aber das ist auch der Weg. Aber das ist auch der Weg. Das ist auch der Weg. Aber das ist der Weg. Aber das ist der Weg, vielleicht, der Fassentimental. Ja. Du hast das nicht so stark. Du hast nicht gegessen. Du hast nicht gegessen. Du hast dann getrunken. Da ist der Weg. Dann haben sie seinen Unterstützung. Das ist viel mental. Ja. 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 Das ist alles, der Leute wieder hochkornen. En weniger Geld. Das ist die Geduld. Ja. Das ist die Geduld. Ich habe über den Geduld. Ich hatte das Geduld. 15 Jahren hat man nicht so lange nacheitiert. Ich wollte nicht bei meiner Mutter. Aber ich weiß nicht mehr, die ich bin, aber. Ich weiß nicht immer wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich habe. Weil die Polizei ist. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ich muss mal nach Hause sein. Ich mach meine Mutter. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ich drehten. Wie ist es? Ich spreche... Du hast dann die Misere erlebt. Genau. Und dann sagst du, das ist nicht Hayden, das sagt, okay, rap muss man die Frust rauslesen und so. Und dann am Endeffekt, als einer von drinnen rappt dann über die Blumen, obwohl ich so ein Rapper weiß, das ist open. Aber dann, an dem man singt Privilegien, als sie dann aufhören, und du passt dann da hin, und andere Dinge in Misere. Und du rappst sogar reale Sachen. Ich verstehe die Frustration, wo man dann zweifelt unter Kredibilität. Aber das muss ich in der Fantasie gehen, um das zu leben. Aber zuletzt ist das doch schwer. Ja, aber ja, hauptsache... Du kannst direkt als Fantasy-Rapper gelebt, weil Leute denken, okay, jetzt muss das immer... Ich meine, du bist echt als so... Ich muss keinem etwas beweisen. Ja, ja, ja. Und du gehst in echt aus dem Ausland zu als Fantasy-Rapper, von in hohe Gangster-Rap-Merch, und das ist wirklich real, weil sie denken, Lützebücher ist reich. Aber in hoher ist Lützebücher, die Gangster-Rap-Merch sind, die Street-Rap-Merch, die Gangster-Rap-Merch, wie sie das nennen. Und du weißt aber, was ist die Geschichte, und du weißt, okay, dann wirst du, okay, dann wirst du, okay, dann wirst du, okay, dann wirst du... Du musst eine Art Fun-Off sehen, du kannst auch drei sehen, wenn du siehst, zwei... Für die Kredibilität hier, die kredibel sind, was sie lieben und was sie rappen. Aber für ehrlich zu sein, egal, ich schenke... Ich kenne sie, mit denen in der Schweiz schon gemacht, und so. Ich schenke nicht mit vielen Rappern. Okay? Ich kenne alle so, und okay, von denen behaupte, und ich von denen weiß, ich sehe nicht, aber... Dann vielleicht der Senior, der Bandana... Du? Nils Dach. Ja. Du? Ja, ich... Ich mache schon mal ja. Ja, ja. Quattro. Ich kenne dich echt an der Street, verstehst du? Ja, weil es doch sehr gut ist. Verstehst du, was ich meine? Der normale G. Ja, der normale G, die möchte ja auch kommerzielle Musik. Ja, das ist kommerziell, aber kredibel. Ja, ja. Man sagt, man sagt, man weiss, wie lief das. Ja, hier nicht so auch so Sound, wie es in der Krankheit lernt. Ja, ja. Big Respekt, verstehst du? Ja, Ähm, und, äh, ja. Apropos Krankheit, ich hatte meine ganze Karriere lang, da hatte ich einen Lachhallen am Kopf. Okay. Okay. Einen Motherfucker heute hat gesehen. Er lacht sofort, du weiss nicht schon. Wir haben alle Clips, seit der Auffang von meiner Karriere, und ich habe den Platz immer voll stoppt gehabt. Ich konnte einfach nicht wissen, so, weil das auch so, wie der Gesinnhaut, wenn die Fans von anderen sprangen, direkt auf den Haufen, auf den Kopf. Ja, ja. Ich wollte die Träume sagen, ich war egal, immer hoher, weißt du, wenn ich nicht raus konnte, du willst big Respekt, und du mal egal, dass hier noch so rauskommt, man singt die Szene. Jetzt hast du einen Lachmotiv, hoher Lach. Alopezi, posttraumatische Stress. Ja, das ist auch Stress, und vom Stress. Ja. Das empfangen innerlich, und ich nicht verdaut, weißt du, so, tsch, 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 tsch. Dann haben wir das gemeint, so, kennst du den? Den du, ja. Du bist mir gekommen, hast du dich gesehen? Wie viel? Peter, das war so biges Mann. Ich hab's immer verstanden, schon das gut gemacht. Es gibt auch viel geschwatt, über zu Stress, an Mental, Mental Health, eben an der Rap-Scene, an der Rap-Scene. An der Rap-Scene? Nein. An der Rap-Scene, das war ein Kamp-Sport. Ich fand ihn nicht so. Ja, bei Kamp-Sport. Ja, bei Kamp-Sport. Sie balancieren schon. Es sind eine Inherentgegner. Husten sie, in den Szenen. Die sind nicht healthy. An der Kamp-Sport, ich will ja auch, dass du proper bist für Bonnen. Ja, genau. Das ist auch ein Problem, wie du siehst. Du bist frei. Du musst, nach dem Entraining, ich bin gut. Ich bin gut. Du bist doch ein Trainer. Ein bisschen filtrier nach dem Entraining. Du bist gut. Und wirkst die Gedanken, die Straße, alles raus. Alles raus. Auch nur eine Sache. Das ist auch voll. Ich fand das, das ist auch mega wichtig, dass du das siehst, wie die Jungen, die Rap-Fan sind, das ist auch okay aus. Über die Mental-Sachen, also die Gangster-Rap-Fan sind. Ja, genau. Dass sie nicht immer nur Gangster sind, die Gangster sind, aber auch Gefühle. Ja, genau. Das wissen wir alle. Ja, und ich meine Musik, das ist auch für zu dekompressieren. Normal, normal. Sie sind Gefühle, weil sie... Wie du sagst... Wie du sagst. Du sagst so wie deine Frau. Ja, ich mache das so. Ja, ich mache das mal. Ich mache das mal. Ich mache das mal. Du sch Falst. Du schaffst. Das ist der kleine Musik. Ein Top? Okay, ich hoffe, dass ich die Frau nicht toppen kann. Nein, nein. Heinz, du... Ich habe mich manchmal mit der Familie, sie hat mich gehalten. Ich weiß nicht. Nein, aber ich habe keinen Platz. Sie ist Street-Law, wie sie. Nein. Gut gemacht, gut gemacht. Ja. Das ist doch so. Du hast ihn für die Industrie-Foto. Wolltest du dann etwas, was dieses Jahr oder nächstes Jahr, wenn du so mal 23 posten oder droppen willst, wo du vielleicht besser kannst du mehr zählen? Lernst du nicht alles mit einem Incoming-Projekt? Ja, ja, ja. Ein schönes Projekt. Das nächste Projekt ist Exotics. Okay. Okay. Und das ist Sound der Plätze, wo ich. Mhm. Rameinke. Gut. Nein, nicht Rameinke, aber Wollernke. Mhm. Genau. Und, ja. Ich würde mich überraschen, weil anscheinend habe ich vom Producer gesagt, dass ich den einzigen Sinn habe bei einem Drill-Beat, den auch Drill möchte. Cash-Projekt? Ja, Cash-Projekt. Wo? Okay. 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 Du willst. Ja, Drill-Flow auch. Ich habe auch drüber gesagt, weil das anscheinend eine Niederfolge ist. Okay. 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 Let's go. Und der Visual Clip auch. Ja, ja, ja. Ich habe auch noch ein paar Sounds. Mal auf der Kopf zum Beispiel. Auch den französischen Sound. Egal. 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 Okay. Egal. 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 Sauber. Egal. Egal. Backstage. Aber es gibt auch andere. Wir kommen, 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 wir leben. Ich verstehe, aber manchmal sind die Freunde, manchmal sind die Fans, manchmal sind die Fans. Wie hast du das? Ja. Ich habe schon fast gesehen, auf dem kurzen Live-Abtritt beim Twins. Ich habe mich ziemlich genervt, wieso? Pardon. Das sind aber die Kamalen, du. Weißt du, wir haben die Kamalen, die Kamalen sind gut. Ich weiß, wieso. Ich knarrt noch fertig. Okay, die Silence, wäre ich akkorde. Wir sind nur knarrt. Nein, 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 nein. Voilà, knarrt fertig. Pardon. Jetzt ist leid mit Wasser bespritzt, also. Ja, ich war bis Rosen. Erstens mal, wenn es dir auch. Okay, in zwei Jahren? Ich habe nicht viel schöner gesehen, aber. Mega. Was hast du gemacht? Ich war im Gang zu rappen, und ihr könnt einfach da, weil die Mädchen, da im Publikum, da, was auf Rett, weißt du? Ich muss den Dien natürlich des Charmands unterbringen. Und wer im Gang zu rappen geht, dann einfach da, und hei, hei, was. Wie süß, was? Verstehst du, und ich stehe da, und ich gucke das noch, und die Gäste, sie verlieben sich da. Okay, das ist ein Problem. 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 Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem, ich gucke, hier sind so ein Fan in der Post, weißt du? Das ist so ein Video, wo ich läuft war, so. Und ich gucke es ihnen so ein B auf den Kopf. D, 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 D. Und ich gucke es mal, ich gucke es mal, ich gucke es mal, ich gucke es mal, ich gucke es mal. Ich gucke es mal, ich gucke es mal. Aber ich hatte wirklich ein bisschen Wert, bis der Song fertig ist. Ja, nur die Saison nach einer Nummer vielleicht. Nein, Mann, die war viel zu jung, das war keiner, die echt reingemacht hat. Ja, ich gucke es nicht, ich gucke es mal, dass... Aber ja, auf jeden Fall, alle Respekt und die ganze Reihe, die da noch nicht so war, weil die sind nicht gebuscht, den ganzen Moment. Ja. Ja, für 25 Sekunden, nein. Ja, voll sind nass. Ja, und da doch, da sind wohl nicht gebuscht, wie sie nass sind. Ja, weil sie hat einen Nuss. Ja, weil sie hat einen Nuss. So, wenn die haben einen Konzert gesehen. Gut Wasser. Ja, bei mir ist es ein bisschen mehr Hype, sonst geht es nicht. Und ein paar Lagen feiern es doch, vielleicht ist es ein bisschen mehr hart, dass ich weiß. Ja, hast du dich... Es ist ein Schampus da, die 15 Jahre alt. Ey, Wanderwodka. Oh, oh, kennst du dich? Nein. Nein? Nein. Nein, das ist passivierlich. Passt noch. Okay, ich meine, das war mit dem Thema. Ja. Ja. Und wir lassen uns eine Pause. Die zweite Pause geben wir, und dann kommen wir zurück ins Spiel. Und kommentieren dir mal erfüllen für die kredibelsten Litzbush-Web in den Kommentaren. Ja, und lasst den Daumen hoch für ein bestimmtes Video. Merci. Bis zum nächsten Mal. Ja. Aber leider nicht mich. Oh. Ich war mit der Nona kochen gestern und sie hat mich voll gespritzt mit Terazos. Guck die Sauerei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh. Benoit. Nehmen wir keinen Stress. Das ist schon die perfekte Lesung für dich. Und zwar... Tschiertisch von der Nona. Tschiertisch von der Nona. Zähl mir mehr. Nee. Entwickelt von den größten Wissenschaftlern an der Aerodynamik, die nämlich die legendäre Lebensströme entwickelt haben. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Tschiertisch von der Nona besteht aus hundertprozentigem bio-veganem Kotting aus dem Nö. Doch. 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 Das Nona hier schiertisch als Ideal. Beim Kochen. Bei der Polis am Ansatz. Oder durch. Oder... Ruf direkt an. Na Beter 0030252 8969. Und das ist ein Rennen an 25 Prozent auf dem nächsten Lebenartikel. Hallo? Ja. Moin. Das ist David von Diverding. Moin David. Schon mal eine Frau, da ziehtisch du, kannst du da doch fümmen. Fümmen? Ja, ich bin jetzt auf Schaapes Music für euch zu weisen, wie ich Disko-Kuröl von Sixua und Bandana Produce tun. Ich geht es! Ich bin ein Manni. Ich bin sehr gut im Haus. Ich habe eine coole Brille von der Backstage. Nein, das ist von der CDS. Ich habe mir das gelehrt, weil ich einen geplanten werde. Nämlich, ich spiele hier FIFA. Und zwar, die gehen den CDS 13. Und ich gucke, wie ich hier nicht spielen kann. Oder irgendwas? Nein, Mann. Ich soll mich irgendwas machen. Ich bin Pro Evolution Spieler. Denn die wird schon alle Knäppchen gehen, wo er konnte anrennen. Die verlebt schon noch Plätze. War er wieder angefangen? Nein, noch nicht mehr mit dem Klassik-Match. Holt in Hindo, in der Schule. Von Mbappé. Ich will meine Equipe. Mbappé oder Bobetkoch? Uuuuh. Voilà. Meine Equipe. Ich weiß einfach, wie du am Ding. Easy. Mbappé. 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 Das ist einfach. Ich will nicht ein Ding zu tun. Du bist so stark. Nein, nein. Ich werde sich mit dem Klassik-Matchen aufhalten. Ich werde mich mit dem Klassik-Matchen aufhalten. Ich werde mich mit dem Klassik-Matchen aufhalten. Lassen im Kommentar. Können Sie gerne? Ja, wer läuft und ich gewinne? Sind kurz. 75 oder 70 oder? 80. 80 oder? 80 oder 80 oder? Die gewinne Anfänge. Möse ich wissen, wo steht oder? Ja, das mal. Ich meine ganz schnell. Ich bin nur ein Gewiss. Auf wen? Ich bin nur ein Regeln. Pardon, Regie. Kennst du die Idee? Man muss alles regeln. Ich spiele so. Futsal. Futsal. Mann, er hat knapp die Sprache des Spiels. Das passt gut, ich denke, du mein Herz leue ich nicht. Das wäre Leif-Gedrück, etwas Chaleur. Die geben doch noch am liebsten Futsal-Spiel. Ja, Futsal war Spice, aber... FIFA hat schon Futsal, um Elf gegen Elf. Das ist nur das FIFA Freestyle. Nein, das ist FIFA Freelance. Das ist die richtige Fussball. Also, wir haben FIFA, ich spiele nichts, aber mein Atelier, wie man schmeckt. Das Mann hatte... Das Volumen ist gut. Das Mann hatte gut, weil... Das war gut. Auch die? Alternativ, gell? Ja, gute Chance. Guter Match. Merci. Es war cool, eurem CDS heute zu holen. Ich meine, das ist auch schon ein zweites Interview mit Chapes. Ja, wir hatten ja ein kleines Interview schon für Drüge gehabt. Und Tukal, es war mega interessant. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, da geht ihr gucken, um Shapes Interview auf YouTube. Haut an. Kommentiert, vergesst nicht, wir wollen ja Feedbacks. Jo. Claudio, ihr leistet. Vergesst nicht. Das Tier kennt mich. Und... Ja, man. Follow, follow. Und... Bleibt real. Hey. Ich wusste, du ging es jetzt nicht. Stay real. Bis dann. Ciao. Tschuuu. Tipps. Hallo, die. C'est fini. Hey, mon, c'est celui-là. Also, die CDS sind gerade zu dominieren. Ich habe nicht nur den Match gewonnen. Ich habe nicht nur den Match gewonnen. Null. Hast du noch nicht Pferde stecken, ne? Doch. Ich kann es, oder? Ich kann es nicht. Ich kann mich auch nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, du kennst dich. Ich kann nicht spielen, weil ich spiele auf Englisch aus. Ja, du kannst nicht spielen, weil... Ich spiele auf Englisch aus. Und die Bluen meint nur den Ball. Ahne lebt nur vier. Und... Hopp. Hey. Besser der. Hopp. Hey, das ist cool, dass 420 Gramm dran sind. Ja, besser. Ja, man. Du bist fast dann. Schieps. 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 Danke schön. Danke schön.